wir haben doch mal einen Spawner gefunden wo ist er eigentlich, da könnten wir uns auch ein bisschen leveln den haben wir abgebaut glaube ich ich bin letztens auch wieder gegangen Alter was hier Kohle ist baust du dich nach oben ne ich hab grad nen ganzen Gang leer gemacht du bist genau über mir ich lauf grad zurück so ich lauf jetzt an da wo du warst hier hast du noch Kohle aber ich bin schon immer 20 ich schon ich will jetzt ein gescheites Schwert mit Level 30 darf ich halt nicht verrecken klar ja wow alter Creeper da sag ich weißt da fängt man an zu reden ich darf nicht verrecken gleich mal Creeper aber alter wie schwarz sind die Creeper zwei Herzen hat mir gezogen halt ich brauche neuer Rüstung soll man hochgehen nee oder hast du grad ne ich hab was ich komm zu dir Alter ich hab ne riesen Hülle scheiße Alter mich er gerade im Skelett runtergeschossen ja dann chill ich lol warte helf mir ja ich komm alter ich sterbe dat dat alter so viel Kohle wo bist du alter du lässt hier alles übrig so ein Eisen mich hat ganz Geld jetzt runter und du bist krank und Eisen brauchen wir ja ich hab wie viel Eisen hab ich schon 40 lol alter will der mich verarschen so ein Penner ist dann genug ne alter ne alter ne kopfloser Zombie so sieht's aus ja alle auf mich boah das hasse ich wenn du so viel sind du weißt nicht wen du eingreifen sollst ja und dann ist noch überall Lava und das packt noch ein bisschen oh das ist oh je wo bist du ähm ich seh den Namen ich seh den Namen gar nicht ich auch nicht also ich seh nicht deinen ja ich find dich grad auch nicht warte mal oh ich hab grad nochmal ne Höhlen abzweigen alter hier ist ne ganze Wand voll Kohle ja ich glaub du bist in der Nähe von mir weil ich hatte die auch nur ich weiß nochmal wo es dahin ging alter war Mist alter Level Level 24 vielleicht schaffst du heute noch Redstone sehr schön zu verzaubern ich weiß doch nicht für was man das braucht alter aber ich glaub nicht dass ich jetzt Glück hab beim verzaubern weil dein Schwert war jetzt so gut und jetzt oh nochmal ne Höhlen gehst du verzaubern und jetzt nein ich hab Level 24 aber dein Schwert wurde so gut verzaubert als man jetzt so scheiß verzaubern also könnt ihr hier auf der Mini-App rechts bei mir jetzt sehen auf welche Höhe wir grad rumtanzen alter nochmal ne neue Höhle alter ich muss dich loben gutes Höhlen-System so gut dass ich grad gar nicht mehr rausfinde doch darf ich mich zu dich teleportieren oder wer das jetzt gescheitert das machen wir nicht ja ich suche die die wir finden uns schon ist vielleicht auch besser wenn wir verschiedene Wege gehen ich hab wieder ne Mini-Höhle gefunden ah die ist ganz klar ja lass uns mal einzig gehen wir finden uns schon wieder alter so viel Level ich bin schon wieder 25 um halb ich bin Level 5 woher ist richtig viel Lava ich mach das mal alles ganz auf Sieg an so wie ich kenne fällt einer von uns Mongos da eh rein ja vor allem nicht mit Level 25 das wäre so ja Diamanten echt jetzt nein so die nächsten Diamanten gehören mir also ich will die finden und ich hab grad irgendwie kein Glück ja creature lol ich bin mein Schwert nicht ich bin so dumm ich hab's grad gehört ist irgend von denen warte ich müsste es eigentlich dein Name sehen ja ich hab mein Schwert gerade nicht gefunden lol wo bist du spinne über mir warte ich hoffe mal es den ganzen Gang ab ach jetzt ich dann ab da Alter ich sehe dich auch ich habe irgendwo gesehen Alter wie weit bist du weg ah ich hab ihn gesehen ja ja bist du über mir fast soll ich mich runterkramen oder wo bist du hier lang ich komm zu dir warte komm mal zum Ausgang so ja Ausgang du bist ja ganz lustiger wie soll ich das finden warte du bist jetzt direkt unter mir ich grab mich jetzt einfach mal runter warte mal ich ja fast ja pass auf da kann Lava sein no risk no fun komm mal steh mal direkt unter mir ja aber wenn der Lava ist dann hab ich ein Problem ja es kann ach da hier ist keine Lava ja okay ich sehe Achtung okay ich habe mich groß ist die oder was schon alles da ja Achtung da Alter schützt so wichtig die Musik ist die Musik richtig gehalten ich muss jetzt noch mehr runterladen und dann nicht für wenig Zeit dafür das im Kopf und hat gemütet 8 1 guck mal Skeletti 2 sogar ja Junge übertreib uns und Zombie übertreib Alter wollt ihr mich verarschen da muss ein Skelett soll ich dir helfen da muss uns nee Alter es gibt es nicht da waren gerade 3 Skelette und ein Zombie ich hab schon ja dann ist hier vielleicht irgendwo ein Spawn versuch mal ich hab schon geschaut Alter Level 26 ich will heute noch verzaubern also packe ich nicht Köln aber es ist unnötig ich nehme sie mit ja klar das ist schon aber irgendwann wird man es vielleicht mal brauchen ja doch Bewohnern tauschen Ohr Rats und als die haben die haben so eine Scheiße die haben gesagt seit 1.5 soll es mehr Leute bist du rechts oder links ähm Alter ich schon wieder ne also da mal Alter seit 1.5 soll es mehr angeschaut Scheiße mein Redstone-Game was gar nicht stimmt Alter hilf mir mal komm mal zu mir schnell ja wo bist du links gelaufen links? ne passt schon ist weg aber trotzdem ich komm zu oh hier ist Lava lol hier auch hä wo bist du nein der greift mich an wo bist du komm zurück hilf mir hier schnell ja dann komm doch zurück dann kann ich dir erschelfen ich weiß gar nicht wo du bist lol der verreckt halt sich ja ich hab ihn tot hast du hier alles mitgenommen nein nochmal einer das gibt's doch nicht ach so du bist da rum Alter oh ich brauche nochmal spitze da hast du einer von mich ich hab mich jetzt eingedauert ja ich hab genug warte ich helf Alter hier sind viele Rohstoffe und Lava wo ist eigentlich mein Hund den ich vorne hatte ist der gestorben kann das sein oh ich höre dich ja da bist du boah Alter ich hatte gerade so Schiss ist der gestorben wo ist eigentlich mein Hund keine Ahnung Alter hier ist ja viel Eis brauche ich wieder noch Alter das macht gerade irgendwie Bock irgendwie oh da ist ein Enderman soll ich ihn versuchen zu killen lass es aber bau dich hoch hier ist ne sichere und schau dass irgendwo Lava ist und bau dich hoch ne warte ich muss ihn ja drauf angucken ne egal ich lass es Level 27 das ist mir jetzt echt ja das stimmt auch zu viel aber wenn ich 30 hab dann geh mal sofort raus und du musst mich beschützen Lava oder ist so ich habe die Höhle schon noch fertig also bau doch erst mal hier alles ab ja Eisen und so das brauchen wir nicht ich weiß oder doch das ist so chillig ah ich habe noch lapis lazuli boah ich muss die mal auch drunter lagen so chillen ist die echt gar so Lava ist noch zu weischt noch lapis lazuli Lipsi lazuli das auch das so als von ihrer Spitze wir kommen mal zu mir ich habe neuer ich brauche neuer gott sein kann ich noch holz mit wo bist du alte bau doch erst mal ja ich baue hier gerade Kohle ab hier ist so viel ah jetzt ich deine Alter du lässt hier alles liegen ganze Kohle alles ja ich baue hier gerade Kohle ab hier mach mal setz die mal hier schnell hast du Eisen dabei ja ich mach ja ich mach paar mach paar ja ich brauche erstmal Sticks so Alter Level 27 neue Schmerzen hör auf ja so ich freue mich gerade nur ja verständlich klar Alter Level 27 Olli komm mal her warte chill ich kies komm her und hol sie dir hier liegen sie zwei Stück ja passt ich hol sie gleich Alter so viel ah ok jetzt mal das musste ich sehr hol sie da liegen sie da vorne Alter nimm doch die über mein Schmerz so heißt doch oder ne du hast Stuhlstraße ich hab's Alter fick dich das ist mein Alter holst du ja ist ja gut hör auf Olli du weißt ja auch nicht dass ich dich töte das ist mein XP Finger weg ich bin gleich Level 28 für dich als nicht neidisch Mann aber ist halt so das musst du einfach ziehen ich wette mein Schwert wird so verkalkt ich seh's jetzt schon so ein richtig gammels Schwert ich bin in der Nähe ich muss irgendwie sag mir wo Kohle ist dein ist gut also falls ein Enderman holen will ich gleich einer ne nicht mit 27 erne das wäre mir echt zu blöd wenn ich jetzt verrückt oh ja aber ich will jetzt oh alter meine Rüstung super spitzhacke mit Glück oder so ja ich brauche erstmal ein super Schwert und dann kommt vielleicht das kann sein dass ich heute keine Folge mache und dann morgen dafür länger weil das eigentlich eigentlich kein Bock mehr und die wird eh viel zu spät raus